In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Wertetabelle erstellst und diese verwenden kannst, um eine lineare Funktion zu zeichnen. Meine Beispielfunktion heißt y ist gleich 1,5x plus 1. Dann nimmst du als erstes dein Geodreieck oder dein Lineal und zeichnest damit eine Tabelle in dein Heft. In die obere Zeile kommen die x-Werte und in die untere die y-Werte. Der Bereich, für den du die Wertetabelle erstellen sollst, ist entweder in der Aufgabe vorgegeben, also dass es da zum Beispiel heißt, erstelle eine Wertetabelle für alle x zwischen 1 schließlich minus 6 und plus 6, so wie ich es hier notiert habe, oder du darfst den Bereich frei wählen. Ich erstelle in diesem Beispiel hier die Wertetabelle für den Bereich von x gleich minus 6 bis x gleich plus 6. In der Zeile, in der die x stehen, notiere ich deshalb erst einmal alle Werte zwischen minus 6 und plus 6. Und jetzt wird gerechnet. Nacheinander setze ich all diese x-Werte in meine Funktion für das x ein und berechne so das zugehörige y. Also, ich nehme die minus 6, setze sie für das x ein. Dann rechne ich 1 halb mal minus 6, was minus 3 ergibt, plus 1, das gibt minus 2. Die minus 2 wiederum nehme ich und schreibe sie hier in diese Spalte für das y hin. Und mit der minus 5 mache ich das genauso. Also, einsetzen, ausrechnen, 1 halb mal minus 5 gibt minus 2,5, plus 1 gibt minus 1,5. Nehmen, in die Tabelle schreiben, und weiter geht's. Die minus 4 schnappen, einsetzen, ausrechnen, hinschreiben. Ich überspringe mal ein paar Werte, um vielleicht noch die 0 als spannende Stelle anzugucken. Also, die 0 nehmen, einsetzen, 1 halb mal 0 ist 0, gibt also plus 1, in die Tabelle eintragen, und so weiter, und so weiter. Die zueinander gehörigen x- und y-Werte aus deiner Wertetabelle, das sind alles Punkte. Und die kannst du jetzt nehmen und in dein Koordinatensystem eintragen. Ich mache dir das mal am Beispiel des Wertepaares x gleich minus 4 und y gleich minus 1 vor. Ich suche minus 4 auf meiner x-Achse und minus 1 auf meiner y-Achse und finde so den Punkt minus 4 Strich minus 1 in meinem Koordinatensystem. Wenn du das für die anderen Wertepaare auch machst, dann sieht das so aus und du siehst, das Schaubild einer linearen Funktion hier der Funktion y ist gleich 1 halb x plus 1 ist immer eine Gerade. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Erstellen von Wertetabellen. Bis bald!